Lieber Alphonso, du warst schon öfter in der Jury bei anderen Miss und Mister Wahlen, glaube ich. Wie war es heute für dich bei dem Miss Germany Finale in der Jury zu sitzen? Das war für mich eine richtig besondere große Freude gewesen, weil diese Show heute hier im Europapark war so gigantisch. Es hat mich wieder zurückversetzt in meiner eigenen DSDS Zeit. Und auch die Kandidaten zu sehen, die waren richtig angespannt, die waren professionell, die haben alle gekämpft. Und die haben ja gleich eben genau das gleiche, als die ja selber gesprochen haben. Ich habe schon gemerkt, die waren sehr, 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 sehr nervös. Aber trotzdem fokussiert und es war schön. Und er war einer von den härtesten, der war der härteste Jury überhaupt mitgenommen haben. Weil es war schwer, es war einheimlich schwer, die waren alle auf den Sack. Also hast du richtig mitgefiebert, war richtig schwer, die Entscheidung, oder? Ja, ich habe total mitgefiebert, ja. Weil alleine schon, wie die rauskommen, man hat das alles gesehen, die habe ich in meinen Wertungen gemacht. Und dann kam der zweite Durchgang, da habe ich schon gemerkt, oh Mensch, jetzt muss ich ja, nachdem diese Live-Videos kommen, von denen sie selber präsentiert haben, habe ich gemerkt, okay, das war doch ein bisschen intensiver. Da habe ich gestrichen, da habe ich wieder neu gemacht. Weil es war schwer. Die, die, die waren alle, die waren, es war so schön gewesen. Und jeder eine von denen, und das ist keine dumme Mädchen, das kann ich sagen, ja, dumme Mädchen, Hauptsache, ich bin Miss Germany. Das ist richtige Damen, wissen, wo sie wollen. Und wissen, was sie machen möchten. Hattest du dann eine Favoritin, wo du sagst, so, ja, die ist es, oder warst du dir da unsicher und hast ein paar gehabt? Ich bin neutral reingegangen. Ich bin neutral reingegangen. Ich habe gesagt, ich habe ja, ich wollte immer keine Favoriten nehmen. Ich habe ja schon von der Vorjury-Vorzeit sowieso immer welche gewählt. Die 19 habe ich auch gewählt. Damals auch die, ich glaube, da war die 1 habe ich auch schon mal gewählt gehabt. Und die waren für mich, die in meinen Gedanken noch sagen, okay, die haben mich schon beeindruckt. Natürlich, die Leute sind ja in der Vorfeld, ne. Und dann kam ja der Neue noch dazu noch, wo ich die ja nicht kannte. Wo ich gesagt habe, wow, noch intensiver. Und die Axie war eine von meinen Favoriten, ne, weil die hat sie richtig ausgestockt. Und sie hat eine gute Laune präsentiert, ne. Und ich habe gesagt, wow, es war gut. Obwohl, die alle haben gute Geschichten gehabt. Die alle haben gute Geschichten, die haben alle gestrahlt. Die waren alle, sozusagen, schön, ne. Und es war schwer. Es war ganz schwer. Aber ich glaube, ihr habt richtig entschieden. Es ist eine tolle Top 3. Absolut zufrieden. Und ansonsten gibt es bei dir neue Projekte. Was darf man von dir als nächstes sehen, erwarten? Was kommt Neues von dir? Ja, bei mir tatsächlich was Neues am Start, ne. Und bei mir kommt jetzt am Anfang April, kam mein nächster Singler raus, ne. Das heißt, everything changes, ne. Aber die Beat goes on. Das ist meine nächste Titel. Und es ist natürlich auch ein bisschen Bling-Bling-Steil. Soul. Aber ein bisschen fresh. Pop. Uptown. Spaß haben. Cabaret auf. Im Auto rein. Und dann einfach geben. Einfach Party machen. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich rauskomme. Und meine Fans hat das immer verlangt von mir. Einen eigenen Song. Und ich glaube, diese Song, wo ich rauskomme, ich glaube, das werden dann jeder einzelne Ding. Ich glaube, es wird denen gefallen. Das glaube ich auch richtig geil. So, wenn du noch jemanden fürs Musikvideo brauchst, ich mach mit. Ja, du kannst über alles reden. Du bist ein hübscher Junge. Du siehst gut aus. Du hast einen Wiedererkennungswerk. Ich hätte dich gerne auf deinem Video drehen. Ich hätte dich gerne, selbstverständlich gerne in meinem Video gehabt. Auf jeden Fall. Beim nächsten dann. Beim nächsten dann. Ich würde mich freuen. Mein Video habe ich noch nicht gedreht. Es kommt noch. Wenn ich mein Video drehe, dann werde ich auch etwas Besonderes sein. Okay. Ja, sehr gut. Dann reden wir gleich drüber. Du kommst hoffentlich auch zur Aftershow-Party. Wir sehen dich dann hoffentlich gleich. Ich werde kurz vorbeikommen. Ich muss ja morgen nach Hause fahren. Ich fahre ja nach sechs Stunden. Und dann werde ich ja nicht so lange bleiben. Ich setze mir ein Limit so wie spät ist es jetzt. Ja, zwei Uhr, dann bin ich weg. Perfekt. Gut. Dann sehen wir uns dann gleich bei der Aftershow. Ich danke dir vielmals für das Interview. Danke schön. Danke. Thank you. Vielen Dank.